Sie hören Marion Gibson, Hexen, eine Weltgeschichte in 13 Prozessen, vom Mittelalter bis heute. Aus dem Englischen von Karin Schuler und Thomas Stauder. Gelesen von Ute Piazetski. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Was ist eine Hexe? Mit dieser Frage beginnt dieses Hörbuch. Doch dahinter steht noch eine andere, die wir zuerst beantworten müssen. Was ist überhaupt Magie? Jene Kraft, die Hexen benutzen. Die Antwort ist, abhängig von Zeit und Ort, so vielfältig wie die Geschichten der vermeintlichen Hexen dieses Hörbuchs. In der Frühgeschichte der Menschheit war Magie in verschiedenen Kulturen mit der Macht von HeilerInnen, SchamanInnen und religiösen AnführerInnen verbunden. Sie ermöglichte es ihnen, über die Fähigkeiten der normalen Menschen hinauszugehen, um die Welt auf unerklärliche Weise zu verändern. In Gemeinschaften lebten oft mehrere solche mit magischen Kräften ausgestattete Menschen, die sowohl medizinische als auch priesterliche Aufgaben erfüllten. Dabei gab es keine klare Grenze zwischen heilenden und verletzenden Zaubern, denn gute und böse Magie waren Teil derselben Kraft. Am Montag konnte man von einer Person mit magischen Fähigkeiten gesegnet werden, am Donnerstag verflucht. Das galt als üblicher Lauf der Dinge. Wenn man aber den Eindruck hatte, dass eine Person ihre Zauberkräfte zum Schaden anderer einsetzte, konnte man sie als Hexe diffamieren, für den Gebrauch von schwarzer Magie, was ein örtliches Gerichtsverfahren mit Strafen nach sich ziehen konnte. Theoretisch konnte die Hexe verbannt oder gar getötet werden, wenn sie besonders schlimmer Verbrechen bezichtigt wurde. Aber zu jener Zeit waren Anschuldigungen wegen Hexerei noch nicht sehr verbreitet und man kam auch nicht auf die Idee, Magie grundsätzlich für böse zu halten. Manche der damaligen Gesellschaften waren zwar besorgt wegen einer möglichen Verbindung zum Bösen, die antiken Griechen und Römer fürchteten, Magie sei von Natur aus gottlos, aber die meisten glaubten trotz alledem daran, dass Magie auch Gutes bewirken konnte. Dies änderte sich in Europa während des Mittelalters, als eine neue theologische Wissenschaft entstand. Das Studium von Teufeln oder Dämonen, das passenderweise Dämonologie genannt wurde. In den 1400er Jahren machten christliche Geistliche, die die Dämonologie entwickelten, auf überzeugende Weise geltend, einen besonders tiefen Einblick in die Funktionsweise des Kosmos und die Absichten Gottes gewonnen zu haben. Die Dämonologen behaupteten nun, Hexerei sei nicht bloß das Gegenteil von guter Magie, sondern das Werk von Menschen, die sich völlig dem Bösen verschrieben hätten und dadurch zu FeindInnen der Kirche geworden seien. Die üppig ausgestaltete Vorstellungswelt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert war voll von Flüchen und Segnungen, Engeln, Teufeln, Gespenstern, Geistern, die in Körper eindringen konnten, Feen, Elfen und, über all dem thronend, der gütige Gott. Für die Dämonologen gehörten die übernatürlichen Fähigkeiten des christlichen Gottes jedoch nicht zu diesem magischen Universum. Denn die Zauberkräfte des biblischen Gottes und das wundersame Wirken seiner Priester galten nicht als Magie. Stattdessen betrachtete man sie als der religiösen Wahrheit entsprungen, einer anderen Kategorie von Macht, die allein christlichen Geistlichen vorbehalten war. All die anderen übernatürlichen Kräfte, die in der früh-neuzeitlichen Vorstellungswelt existierten, galten infolgedessen als minderwertig und in ihrer Gesamtheit als böse Hexerei. Dieses Entweder-oder-Denken, das die Dämonologie prägte, entwickelte sich zum Teil aufgrund der inneren Spaltung der christlichen Kirche. Was als eine Reihe von Streitigkeiten über die Kirchenlehre begann, eskalierte zu einem gewaltsamen Krieg der Kulturen. Der mit euphemistischer Untertreibung unter den Begriff der Reformation gefasst wurde. Die Zwistigkeiten der Reformation zwangen die Menschen, sich zwischen der katholischen, traditionellen und der protestantischen, reformierten Glaubensrichtung zu entscheiden. Dieser religiöse Konflikt begann mit guten Absichten. Als fromme Katholiken die Spitzen ihrer Kirche...